Mohammed II. Al-Mahdi war 1009 und 1010 Kalif von Cordoba. Mohammed war ein Urenkel von Abdeh Araman III. Er musste sich aber unter der Regentschaft des Amiriden Al-Muzaffar in Cordoba versteckt halten, als sein Vater Hisham wegen einer Verschwörung hingerichtet wurde. Als dessen Nachfolger Abdeh Araman San-Chulo 1008 einen Feldzug nach Leon unternahm, organisierte Mohammed im Februar 1009 einen Aufstand in Cordoba, wobei er sich besonders auf die muslimischen Rechtsgelehrten stützte. Die der Herrschaft San-Chulos ablehnend gegenüberstanden, als die Stadt unter Kontrolle der Aufständischen war, wurde Hisham II. gezwungen, zugunsten von Mohammed zurückzutreten. Beim Versuch, die Herrschaft in Cordoba wieder zu erringen, wurde San-Chulo von seinen Truppen verlassen und getötet. Zwar versuchte Mohammed II. seine Herrschaft zu stabilisieren, indem er unislamische Steuern aufhob. Doch führte die Verfolgung der Anhänger des 1002 verstorbenen Stadthalters Al-Mansor zu Revolten der Berber-Truppen, die unter Al-Mansor angeworben worden waren. Nach der Vertreibung der Berber aus Cordoba im Juni 1009 wurde Mohammed II. am 5. November 1009 vor der Hauptstadt von den Berbern geschlagen. Während Mohammed II. nach Toledo-Fluss besetzten und plünderten die Berber Cordoba und setzten den Umayyaden Suleyman al-Masten als Kalifen ein. Mohammed II. konnte sich in der Folgezeit mit dem Stadthalter Al-Wahid von Toledo und den Katalanen verbünden und 1010 nach einem Sieg bei Cordoba erneut den Kalifentrun besteigen. Allerdings wurde er durch den Abzug seiner katalanischen Verbündeten erheblich geschwächt. In dieser Situation wurde Mohammed II. durch einen Putsch der Sklaventruppen gestürzt und getötet. Als Kalif wurde erneut Hisham II. auf den Thron gehoben. Mit der Herrschaft von Mohammed II. begann in Folge der nun ausbrechenden Machtkämpfe der schnelle Niedergang des Kalifats in Andalusien.